Neutralität verschafft dir keine Statue. Aber sie hilft dabei, am Leben zu bleiben. Niemals werde ich Ciri verlassen. Auch Neutralität hat Konsequenzen. Ihr habt Recht. Ich habe Recht? Nun, das ist äußerst beunruhigend. Die Dinge, die passieren, irgendwie hängt alles zusammen. Sie ist der Grund dafür. Wenn es Krieg gibt, wird es kein Versteck vor ihm gehen. Sicher, dass wir das tun sollen? Und du? Die Geschichte hat die Angewohnheit, sich zu wiederholen. Zum ersten Mal verstehe ich, was wahre Angst bedeutet. Die Gefahren, die wir gesehen haben, sind Anzeichen für eine noch bedrohlichere Zukunft. Sind wir Hexer? Ist das so. Es ist doch erstaunlich, wie niedlich Sie sind, oder? Für ein Monster. Sie sagen, nein, bitte tu mir nicht weh. Und dann... Zähne. Eine ganze Bootsladung von der Zähne. Voll in eurem Gesicht. Geschrauben. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.